Hi, ich bin Antonia, Pflegefachkraft und Qualitätsbeauftragte hier im Johanniterstift in Bussegg. Ich arbeite in der Pflege, weil ich Menschen helfen möchte. Während ich auf meinen Studienplatz gewartet habe, habe ich hier in der Einrichtung gearbeitet, nebenbei. Das Team und auch die Bewohner waren einfach super und das Team wollte mich schon gar nicht mehr gehen lassen und hat mich immer wieder gefragt, ob ich nicht doch bleiben möchte und die Ausbildung doch machen möchte. Ich habe dann aber trotzdem abgelehnt, um mein Studium anzutreten und im Studium habe ich dann aber ganz schnell festgestellt, dass ich hier eigentlich schon alles gefunden habe, was ich machen wollte. Zum Glück habe ich dann beim zweiten Anklopfen trotzdem noch die Möglichkeit bekommen, die Ausbildung hier zu machen. Ich kann mich hier entfalten. Neben meiner halben Stelle als Pflegefachkraft bin ich zur anderen Hälfte Qualitätsbeauftragte. Das ist eben ein ganz anderer organisatorischer Bereich, der für mich einfach die perfekte Abwechslung bietet. Natürlich wird man in der Pflege nicht reich, aber die Bezahlung hier ist wirklich gut. Es gibt super viele Vorteile, zum Beispiel Weiterbildungsmöglichkeiten, die mir hier aktiv angeboten wurden. Unsere Pflegekonzepte sind innovativ und wir gestalten hier aktiv mit. Genauso bei Dienstplänen, die im Team einfach gemeinsam gestaltet werden und vor allem flexibel gestaltet werden, sodass auch Eltern hier die Möglichkeit haben, problemlos im Schichtdienst zu arbeiten. Klar, wenn man am Ende des Lebens von Bewohnern dabei ist, dann gibt es auch traurige Momente. Ich hatte vor ein paar Wochen erst eine Bewohnerin, die zunächst im Hospiz lag und weil sie zu stabil war, zu uns in die Einrichtung gezogen ist. Ich habe sie dann neun Tage und auch ihre Angehörigen begleitet. An meinem freien Tag ist sie dann verstorben. Und das sind einfach Momente, die schwer zu verarbeiten sind und die nie einfach sind. Aber dafür habe ich eben ein super Team im Nacken. Irgendwie ist das wie eine zweite Familie. Alle Türen stehen offen und das egal, über welche Hierarchie weg. Das ist einfach toll. Jeder Tag ist anders. Mal schwer, mal leicht. Aber ich bin jeden Tag glücklich, diesen Beruf gewählt zu haben und vor allem in diesem Team zu sein. Für mich gibt es eigentlich nichts Besseres. Okay, außer die Fliegerei. Meine Leidenschaft. So lasst mich drücken, so wie man das immer macht. Meine Liebe.